Offices, was kann ich für Sie tun? Sir Hector Blake? Ja. Dürfen wir reinkommen? Würden Sie bitte Ihre Schuhe ausziehen? Oh, bitte. Das ist völlig absurd. Dass man sicher nur irgendein gelangweilter Teenager, der sich einen üblen Streich erlaubt hat, die haben zu viel Zeit. Gibt es jemanden, der Anlass haben könnte, eine solche Anschuldigung gegen Sie vorzubringen? Ich war Richter, Sir. Ja, da gibt es mehrere. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten, Officers? Äh, nein, danke. Ja, genau. Hm, danke. Wir trinken Sie. Wir sind 40, so wir sind zu viel Zeit, um uns zu kämpfen, um uns zu tun. Wir sehen uns in unseren Faktorien, wo wir auf der Fall der Rippsorten getroffenen, die von ihrem Mann im Gewinn sch firms, auch, wenn sie identisch sind. Vielen Dank.